Es gibt eine Message, die du hörst musst. Und wir haben einen Lied, den Sie in deinem peacefully. Mit einem schönen guten Tag, der du hast. Und wir haben einen schönen Tag, den Sie in deinem TIME. Und wir haben einen schönen Tag, den Sie in deinemここ. Und wir haben einen schönen Tag, den Sie in deinem 여기. Dieses Jahr, die du heute in deinem Excuse-Style treffst. Und wir haben eine gute Idee. He has dreamed about this his whole life. Oh, fuck! That is not good. Stay home! Stay home! Stay home! Stay home! Stay home!